Hallo, ich bin Marie-Therese. Ich lieb's so mit meinem Hund und Natur zum Streifen. Anouk hat ganz feine Instinkte. Er spürt, wie es mir geht. In meinem Beruf als biomedizinische Analytikerin finde ich durch verschiedenste labordiagnostische Methoden ausser, wie es den Patienten geht. Seit meinem Studium arbeite ich in der Infektionszerologie im Völkirchen Krankenhaus und mache zum Beispiel Antikörperteste auf virale und bakterielle Erkrankungen. Was ich mache, um nach einem interessanten, arbeitsfreien Tag den Kopf wieder frei zu bekommen? Eh klar, oder? Gesundheitsberufe, weil sie wichtig sind.